Ja, eben haben wir noch den Klassenerhalt gefeiert und schon platzt die erste Bombe. Wobei, ihr seht, wo wir hier sitzen, eigentlich ist ja eher eine Feuerstelle gelöscht worden, könnte man sagen. Also Horst Held wurde mitten in die Feierlichkeiten hinein entlassen. Tja, und dann ging das Böhmchen das ganze Wochenende über ja eigentlich weiter. Also wenn man mal ehrlich ist, es fand dann sehr spontan eine Pressekonferenz statt, die anberaumt wurde, weil natürlich wie immer beim FC mal wieder was durchgesickert ist. Also die Presse wusste sehr schnell Bescheid, dass Horst Held entlassen war. Und der FC hat diese Pressekonferenz anberaumt, dann am Sonntagnachmittag. Und naja, da sind halt wunderliche Dinge vorgefallen. Also das Ganze fing schon mal damit an, dass plötzlich auch Alexander Werle mit auf der Kanzel saß. Da fragte man sich schon, was macht der denn eigentlich jetzt da? Ja, dann wunderte man sich auch über Dinge, die zum Ausdruck gebracht wurden. Also zum Beispiel auch wieder das Thema, dass man ja so vertrauensvoll zusammenarbeitet zwischen Vorstand und Geschäftsführung. Das war aber, wie wir fanden, wirklich eine klassische Textbildschere. Denn wenn man sich die Visagen mal da oben angeschaut hat, vor allen Dingen die von Werle, also da saß ein bockiges Kind, um ehrlich zu sein. Und offensichtlich war der alles andere als zufrieden mit dieser Entscheidung. Der war stinksauer und hat das auch dokumentiert. Er hat dann noch gesagt, er würde ja professionell damit umgehen. Aber ganz ehrlich, wenn das nicht unprofessionell war, was der da oben abgezaubert hat, dann weiß ich es nicht. Naja, wenn man so deutlich zeigt, dass man damit überhaupt nicht verstanden ist, dann ist das das Gegenteil von professionell. Aber vielleicht bleiben wir mal bei der Sache. Entlassung Horst hält. Aus meiner Sicht ist das erstens sachlich richtig, weil es einen Haufen gute Argumente dafür gab. Können wir ja gerne noch aufzählen. Und zweitens ist der Zeitpunkt auch richtig gewählt. Vielleicht ein Mühe zu früh. Das ist aber ja noch erklärt worden, warum. Weil man natürlich ihn nicht innerhalb des Abstiegskampfs entlassen kann. Man braucht diese Unruhe nicht. Man kann aber auch nicht zu lange warten, weil man muss ja einen Neuanfang machen. Also ist es meiner Ansicht nach, also sachlich gesehen, ist es vollkommen richtig. Und man fragt sich, warum kommt da so eine Unsicherheit rein? Ja, also das Sachliche, da bin ich natürlich voll auf deiner Seite. Da muss man wirklich nur noch mal sich vor Augen führen. Was hat er denn für eine sportliche Leistung abgeliefert? Wir haben eben schon über die Leistung unserer Mannschaft gesprochen und wirklich dieser Last-Minute-Exit von dem Gang zur Hölle. Also wir haben es wirklich gerade noch geschafft, durch die Ambitionslosigkeit von Horst Held auch mit verursacht, der von Anfang an beziehungsweise behauptet hat, wir würden bis zum letzten Spieltag und so weiter und so fort. Aber auch ansonsten. Ich meine, was hat der für einen Kader zusammengestellt? Bei allen Problemen, die wir hatten. So etwas Unausgewogenes. Also habe ich überhaupt im Fußball noch nie erlebt, dass man eine fast komplette Saison ohne Stürmer stattfinden muss. Dass man den Sechser oder Linksverteidiger Jonas Hector, den Kapitän, dass man den in den Sturm schickt. Weißt du, man fühlte sich erinnert, früher an Sörensen in der 94. Ab nach vorne einwechselnd Mittelstürmer. Und jetzt spielt Hector Mittelstürmer oder auch du da als falsche Neun. Also was haben wir für Wolf als falsche Neun? Was haben wir für schreckliche Konstrukte erlebt? Alles verursacht durch diese miserable Kaderplanung von Horst Held. Genau. Und das Argument, dass es eben nicht genug Geld gibt, das gilt ja nicht. Weil wir gesehen haben, dass es genug Vereine gibt, die mit deutlich weniger Geld dann eben am Ende des Tages erfolgreicheren Fußball gespielt haben. Einen ansehnlicheren Fußball, irgendwie einen clevereren Kader zusammengestellt, der eben nicht, man hatte so ein bisschen das Gefühl. Und da kommt man dann im Prinzip in diese ganze Strutgeschichte, würde ich jetzt noch nicht anfangen. Aber das ist eher so, mir wird was angeboten, ich mache so oder so und keine große Planung dahinter steht, hinter dieser Kaderplanung. Also Kaderplanung dann. Sondern es ist eher so ein bisschen wie, der wird mir passen, den kann ich jetzt nehmen und den leihe ich mal eben. Das hat ja auch gar keine Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben ja im Grunde mit einer Mannschaft gespielt, wo die ganze Zeit klar war, die bricht uns nach der Saison sowieso auseinander. Und da fragt man sich natürlich, wo ist da unsere Perspektive? Kann man das nicht irgendwie besser machen? Ja, und zum Thema besser machen, er hat ja auch nichts angenommen. Also es war ja eigentlich Konsens, dass sehr viel falsch gelaufen ist. Aber bis zum Schluss hat er ja behauptet, dass er erstens mehr Ahnung hat von allem, was er da tut. Und zweitens, dass er auch überhaupt keine Lust hat, sich Dinge anzuhören von Leuten, die es auch gut mit dem Verein meinen, die vielleicht Verbesserungen an ihnen hätten herantragen können. Da war er ja gar nicht bereit zu. Also er hat auf der Pressekonferenz gesessen und hat die Leute für blöd verkauft und für dumm verkauft. Und in einer arroganten Art und Weise von oben herab seinen Standpunkt vertreten. Und wenn ich immer gehört habe, alleine die Aussage, warum soll ich denn über den Gisdol nachdenken? Also wir gewinnen kein Heimspiel mehr seit Monaten und Horst Heldt wagt es dann zu antworten, warum soll ich denn jetzt über den Trainer nachdenken? Das war natürlich auch eine klassische Geschichte, wo man sich selber blockiert über eine unprofessionelle, zu große Nähe. Also in einer Situation, wo der Trainer wirklich sehr in Frage steht, Home-Stories zu machen, wo man gemeinsam dieses sagenhafte Schnitzel, das ist ja schon Legende geworden, miteinander brät oder gebraten bekommt. Da wird eine Nähe gezeigt, die mir völlig unmöglich macht, den Mann quasi am nächsten Tag vor die Tür zu setzen, was aber längst überfällig gewesen wäre. Mich interessiert, hast du eine Erklärung dafür? Wir haben ihn ja auch gefeiert. Wir erinnern uns alle an die Situation, wo er ganz am Anfang, als er kam, plötzlich auf den Platz rennt in dieser erlösenden Situation. Und man denkt, Mann, da lebt einer, den 1. FC Köln, der ist richtig gut dabei. Und das ist relativ schnell komplett verloren gegangen. Und das macht er eigentlich so von der ganzen Körpersprache auf mich den Eindruck, als würde er eigentlich nur noch denken, ja, das nehme ich jetzt noch mit so lange, wie es irgendwie geht. Und dann bin ich weg. Wie passiert sowas? Ja, also mir fällt da spontan dieser Moment nach dem Spiel bei Hertha BSC Berlin ein. Ich weiß es genau, weil meine Frau an dem Tag 50 wurde. Das war am 22. Februar. Und danach kam natürlich Corona, keine Frage. Aber wir sind leistungsmäßig auch völlig eingebrochen. Also wir haben ja nicht ein Spiel mehr gewonnen danach. Wir hatten noch zu Hause gegen Schalke dieses großartige 3 zu 0, dann in Hertha 5 zu 0. Was haben wir wirklich eine Euphorie hier auch entwickelt? Und wir beide, gebe ich auch ganz ehrlich zu, haben dann natürlich auch nach oben geguckt, weil der Klassenerhalt war quasi gesichert. Und man hätte die Ambition entwickeln müssen, dass man jetzt auch, um TV-Gelder vielleicht zu generieren, um bessere Platzierungen anzustreben, vielleicht sogar noch einen kleinen Fuß nach Europa zu setzen, das wäre ja drin gewesen. Aber was hat Horst Heldt just in diesem Moment gemacht? Er hat eine Vollbremsung hingelegt, sowohl kommunikativ, indem er gesagt hat, was die Verrückten jetzt sagen, die jetzt nach Europa gucken, das ist mir völlig egal. Er hat quasi angeordnet, dass man die Saison jetzt austrudeln lässt. Und das hat die Mannschaft perfekt umgesetzt. Ist dann allerdings nochmal richtig in Probleme. Es wurde ja sogar nochmal eng. Wir hatten diese Heimspiele gegen Düsseldorf und Mainz, wo wir mit Glück beide noch unentschieden gespielt haben. Und nachher sind wir eher dann auch aufgrund der Schwäche der anderen, waren wir dann irgendwann gerettet. Aber deswegen meine ich eben, es wäre eigentlich seine Pflicht gewesen, seinen Buddy, die wir ja alle beide auch gefeiert haben, auch zu Recht, weil sie uns gerettet haben. Aber dann zu sagen, vielen herzlichen Dank, das war es mit der Rettung. Und wir fangen jetzt neu an, weil der Faden ist ja jetzt schon abgerissen. Da muss ich jetzt nicht gucken, wie weit das noch geht. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, die Entlassung von Heldt ist überhaupt gar keine Bombe, denn sie ist inhaltlich in Ordnung, sie ist zeitlich zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Die eigentliche Bombe ist ja, dass man dann erfahren hat, wie das angeblich abgelaufen ist und dass es dann so ein konspiratives Treffen danach gibt. Also das macht den wirklich komischen Eindruck auf mich, dass ich sofort lesen kann, da ist also einer unzufrieden und das ist nicht gut mit ihm gemacht worden. Das gehört sich doch nicht. Ja, und dieses konspirative Treffen, das hat natürlich noch eine ganz andere Qualität erhalten, als am nächsten Morgen die Artikel von Struth in die Presse kamen. Das heißt, an dem Abend zuvor bei der Gartenparty bei Struth, bei der ja Werle dabei war, Held war dabei, Friedhelm Funkel war mit seiner Frau dabei, die im Übrigen in der Stiftung von Struth Geschäftsführerin ist. Also da haben sich ja auch einige Dinge mal nach außen gekehrt und sind dann wirklich auch sichtbar geworden, unübersehbar geworden, was da für eine Klüngelei tatsächlich stattfindet und mit Sicherheit seit Jahren schon stattfindet. Das hat das Ganze spätestens dann eben doch zu einer Bombe werden lassen. Ja, dann lass uns doch einfach mal über Struth reden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben ja ein Statement relativ früh abgegeben schon dazu, was war Inhalt des Ganzen. Es ging eigentlich nur um die Intention, die Struth verfolgt hinter seinem Angriff auf den FC und auf den Vorstand. Und nichts anderes war wichtig für uns. Und dann gab es wirklich eine, ich möchte sagen Riege, das wäre ein freundliches Wort, Diskussion unterhalb des Posts. Und wir haben dazu nicht im Einzelnen Stellung genommen, weil wir das nicht verwässern wollten, das Statement. Aber wir können das an dieser Stelle ja hier eigentlich mal machen, denke ich. Also was waren so die Fragen, Vorwürfe, die da so aufkamen? Ja, also ich sage mal, ganz spontan kam bei vielen sofort der Reflex, auf den Vorstand zu schimpfen. Also der Struth, Moment, aber der Vorstand ist ja noch viel schlimmer. Der Vorstand muss weg. Also wenn wir den Vorstand betrachten, dann gibt es bestimmt auch viele Dinge, die wir mindestens nicht verstehen oder auch definitiv empfehlen würden, anders zu machen. Wir haben schon eine gewisse Historie, was diesen Vorstand anbelangt. Also natürlich denken wir auch oft zurück an unsere Pressekonferenz damals mit dem damals neuen Vorstand. Also wir haben mit den beiden so ein paar Dinge erlebt, die sie uns damals auch sympathisch gemacht haben. Und wir haben viel unterstützt von dem, was wir auf den Weg bringen wollten. Wir fragen uns allerdings heutzutage auch manchmal, ist das denn auch alles so umgesetzt worden? Und da können wir überhaupt nicht irgendwo einen Haken dran machen. Also wir sehen das durchaus auch differenziert. Aber wir sind trotzdem der Meinung, dass unter dem Strich jetzt nach anderthalb Jahren, und die sind es ja auch gerade erst, die die Herren am Start sind, man nicht wirklich jetzt alles in Bausch und Bogen reden muss. Und nochmal mit dem Thema Struth hat das schon mal überhaupt gar nichts zu tun. Im Übrigen fand ich die Antwort des Vorstands auf den Einwand von Struth, was Investoren anbelangt, auch sehr gut. Als sie nämlich sagten, ob der 1. FC Köln sich zukünftig mit Investoren beschäftigt, das entscheiden die Mitglieder und nicht Herr Struth. Genau. Das ist schon das zweite Thema, was aufkam. Thema Investor. War auch nicht wirklich Thema unseres Posts, aber gehört natürlich so im Weiteren dazu, ist schon klar. Die Frage, ob wir jetzt dafür oder dagegen sind, für mich persönlich stellt sich das nicht wirklich, vor allen Dingen jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Weil wenn ich einen Investor suche, dann suche ich den mit Sicherheit nicht dann, wenn mein Kurs am geringsten ist. Also ich finde den Zeitpunkt, wenn wir über einen Investor reden würden, dann wäre das wirklich der dümmste, denn wir sind im Moment quasi gar nichts wert. Und du kannst also für den Transferwert von einem vernünftigen Spieler, kannst du quasi signifikant Anteile deines Vereins verkaufen. Das wäre dämlich, weil die kriegst du ja nicht zurück. Das ist ja irreversibel. Das können wir nicht wieder ändern. Also es wäre ein Argument definitiv dagegen, jetzt über einen Investor zu sprechen. Aber es gibt einen Haufen andere Argumente auch. Ja, natürlich. Ja, also man muss sich doch einfach nur mal zurückversetzen ins Jahr 2017. Also wenn wir damals in einem geschwommen haben, dann war es Geld. Wir hatten gerade frisch Europa erreicht. Wir haben den Modest transferiert für 30 Millionen. Wir hatten Kohle ohne Ende. Und wir haben dann wirklich massive Fehlentscheidungen getroffen im Anschluss. Und die haben dazu geführt, dass wir wirklich wenige Jahre später kurz vor der Pleite stehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte damals dieses Geld nicht selbst erwirtschaftet, übersprachlichen Erfolg, sondern man hätte es sich von einem Investor geben lassen, dann wäre heute nicht nur das Geld weg, sondern jetzt wären auch die Anteile weg. Und ich finde, das bringt es wirklich sehr gut zum Ausdruck, wie wenig Garantie die Einbindung eines Investors am Ende dann doch ist. Ja, wenn du schlechtes Management gemacht hast, dann ist ja Geld reinkippen auf schlechtes Management nichts anderes als Wasser in einen Eimer mit Loch. So, das hat man auch schon oft gesehen. Das hat man in Hamburg gesehen, wo im Übrigen die gleichen Personen agiert haben, Strut, Kallmund, also die von hinten raus da irgendwie ein bisschen Druck gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das eine vernünftige Lösung ist für den 1. FC Köln. Ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, uns an den eigenen Haaren aus dieser Suppe wieder rauszuziehen. Und dass das auch geht, davon bin ich fest überzeugt. Also ich finde, dieses Hamburger Beispiel, das zeigt es wirklich auch ganz klar, was solche Machenschaften im Hintergrund, solche Klüngel-Netzwerke. Und in Hamburg war es wirklich nichts anderes. Rainer Kallmund als Ziehsohn von Strut hat dem Kühne... Umgekehrt. Strut ist der Ziehsohn von Strut. Rainer Kallmund, der Ziehvater, Strut ist der Ziehsohn. Und der Kallmund hat den Strut vermittelt an Kühne. Und im Übrigen stand damals auch Markus Gisdol, das ist nämlich auch eine sehr interessante Sache, Markus Gisdol stand auch unter Vertrag bei Strut. Fakt ist, nachdem Strut in Hamburg zu einem solchen Einfluss gekommen ist, ist Hamburg abgestiegen und jetzt dümpeln sie seit vier Jahren in der 2. Liga rum. Die Leidensgeschichte des HSV ist natürlich ein bisschen länger, aber tatsächlich, also nach allem, was wir gehört haben, kann man da schon eine Verbindung herstellen. Nun haben wir auch so Bemerkungen bekommen wie, lasst euch jetzt da von Karren spannen und warum äußert ihr euch zu diesen politischen Dingen und so weiter. Und das ist für uns, ehrlich gesagt, ist das ganz lustig, weil wir haben in unserer Zwei-Kölsch-Zeit einen Haufen Nachteil gehabt, weil wir uns gerade nicht von Karren spannen lassen und immer wieder das sagen, was wir gerade so empfinden. Und zwar egal, wem das jetzt gerade auf die Füße tritt. Und insofern ist das auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite aber ein, finde ich, vollkommen richtiger Grundgedanke. Also ich muss mich ja erst mal fragen, warum machen die das eigentlich? Haben die da irgendwas von? Das ist auch aufgekommen. Einer sagt ja irgendwie, ihr kriegt ja Karten oder was. Also ich finde auf der anderen Seite, was rechtfertigt denn eigentlich diese Rückfrage? Ich sehe das ein bisschen anders, denn ich finde diesen Reflex zu fragen, ja, für wen arbeiten die denn? Wer hat denn was davon? Der zeigt ja eigentlich, dass heutzutage nur noch in Klüngeldimensionen gedacht. Dass es also wirklich Leute gibt, die sich am Ende dann doch Sorgen um ihren Verein machen und die keine persönlichen Interessen im Hintergrund haben. Das scheinen einige Leute überhaupt nicht mehr am Schirm zu haben. Also das ist ja fast schon ein Auslaufmodell. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist definitiv, für uns steht das von vornherein im Vordergrund. Und es wurde auch angesprochen, dass wir zum Beispiel Karten von Carsten Wettig für Eintrittskarten kriegen für irgendwelche Spiele. Wir haben noch nie, also wirklich noch nie irgendein Ticket gekriegt vom 1. FC Köln. Selbst für die Karnevalssitzung mussten wir ordentlich unsere 50 Euro, oder was kostet das Ding, mussten wir abdrücken. Also von wegen Einladung. Leute, ganz ehrlich, das hat es nicht gegeben. Aber lieber Carsten, wenn du zukünftig mal auf die Idee kommen solltest, uns mal ein Ticket drüber zu schieben. Also wir würden bestimmt nicht Nein sagen. Also gute Idee, dann sind wir ab jetzt an der Stelle angreifbar. Ja, genau. Also wir werden unsere Seele nicht verkaufen. Das noch mal in Hinblick auf Volker Struth auch noch mal gesprochen. Ja. Aber ja, das Ding hat tatsächlich Wogen geschlagen. Und was in der Presse da veranstaltet wird, mal ganz ehrlich, also da tun sich ja Abgründe auf. Ja, wir haben sehr merkwürdige Informationen zugespielt bekommen aus unterschiedlichen Quellen. Was immer so zeigt, dass es eben doch wahr sein kann. Denn unter anderem, kann man das sagen, soll Herr Werle beim Stadtanzeiger beziehungsweise tatsächlich im Verlagshaus angerufen haben und sich dafür eingesetzt haben, dass Haubrichs wegen seiner kritischen Berichterstattung auf Eis gelegt wird. Das ist das, was wir gehört haben unter dem Vorbehalt der Richtigkeit. Aber solche Dinge, wenn man sie aus unterschiedlichen Quellen hört, machen einen dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, nachdenklich. Ja. Das ist um die Worte von Herrn Werle zu benutzen. Ja. Das hat mich nachdenklich gemacht. Es ist allgemein, es ist schon wirklich traurig, der SFC Köln hält die Liga und die lokale Presse, der Kicker noch dazu. Naja, die Bild-Zeitung spielt zwar lokal überhaupt keine Rolle jetzt hier im Fußball, also wirklich, das liest ja kein Mensch, dieses Blatt. Und trotzdem... Die sind so wie diese Flammenwerfer im Mittelalter, wo die Leute versuchen, so Flammendinger in die Stadt zu werfen. Selbst das kriegen sie nicht hin, weil sie schießen nur Rohrkrepierer raus, redaktionell so dermaßen katastrophal. Also wirklich unterstes Niveau. Und das ist, aber das wollte ich sagen, ich finde es wirklich schade, dass wir hier eine lokale Presse vor Ort haben, die in einem solchen Moment, wo der Verein endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis hat, nichts Besseres zu tun hat, als diese Kampagne jetzt wieder loszutreten und alles dran zu setzen, den Vorstand abzusägen, der jetzt seit anderthalb Jahren im Amt ist, der Fehler gemacht hat, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, der aber auch einen Kurs fährt, der eben nicht so offensiv ist. Ich finde viel zu wenig offensiv, aber ich glaube, da werden wir später auch nochmal drüber reden. Aber dass das von der lokalen Presse hier so dermaßen ausgenutzt wird und wirklich auf einem Niveau, dass auch der Stadt Köln wirklich nicht würdig ist, hier sowas publiziert wird, das ist einfach nur traurig. Das ist traurig. Die Frage ist immer, wer sind die Strippenzieher? Und das bedeutet, dass wir uns mal auseinandersetzen müssen mit, woran hat es hier lehnt? Also Ursachenforschung betreiben wir, aber ich würde sagen, nicht hier, sondern an einer anderen Location.